Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 4. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1016. Und heute habe ich die wenigen Themen mit dabei, nämlich Supreme On App Store und Philips Hue 4.0. Supreme On ist nicht ganz korrekt, denn es ist Supreme On Deuter X Teufel App Berlin. Was ist das Ganze? Ihr habt Teufel gehört? Ja. Wenn ihr das mit der Berliner Audioschmiede in Verbindung setzt, dann seid ihr schon mal richtig gelegen. Zusammen mit Deuter haben sie nämlich einen Rucksack entworfen. Ein Daypacker, also ein Rucksack, den man fürs tägliche Unterwegssein nutzt beim Pendeln, beim Reisen auf die Arbeit etc. gut, Prä-Corona vor oder nach Corona dann vielleicht verstärkt wieder. Aber er hat einfach einen Rucksack, wo man seine ganzen Gadgets, seine ganzen Hab- und Gut-Dinge, die man mit sich trägt, mit dabei hat. Was ist speziell an diesem Rucksack? Er schaut stylisch aus, natürlich immer Geschmackssache. Was aber sehr, sehr interessant ist, der 510 x 300 x 170 mm grosse Rucksack. Ihr merkt, ich bin am Zeitschinden. Es hat nur wenig Themen. Scherz am Rande. Er hat unter anderem 15 Zoll Laptop dabei. Aber das Wichtige an dem Teil ist, er ist zu 100% aus Pad-Flaschen, und zwar recycelten Pad-Flaschen, gefertigt. Also somit etwas für die Umwelt. Und das Tolle daran, es gibt es auch separat zu kaufen oder in Combo, eben mit dem Supreme On Kopfhörer. Den Testbericht werde ich natürlich verlinken bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und für den Kopfhörer gibt es auch noch ein kleines Teilchen mit dazu. Finde ich extrem schick. Und eben, schützt den Kopfhörer, wenn man unterwegs ist, mit oder ohne Rucksack. Kann man, wie gesagt, auch separat kaufen. Finde ich eine tolle Geschichte, definitiv. Vor allem mit dem Fokus auf die Umwelt. Dann hat Apple kurz vor der WWDC, was ja am nächsten Montag stattfindet, was sehr nah ist, ein paar Zahlen rausgehauen. Nämlich haben vom Apple App Store Entwickler, die dafür programmieren und Apps entwerfen und in Verkauf bringen, ihre Umsätze im letzten Jahr, also während der Pandemie, um 24% steigen können. Das sind 643 unglaubliche Milliarden Dollar. Unglaublich, was da alles zusammenkommt. Und jetzt eben noch mehr dazu gekommen ist durch die Pandemie. Auch gesteigert hat sich seit 2015 die Anzahl Entwickler und Entwicklerinnen. Nämlich um 40% sind die angewachsen. Heftige Zahlen, grosse Zahlen. Da sieht man, wie wichtig das Ganze ist und weshalb da natürlich auch fleissig gestritten wird rundherum. Weitere Schätzungen ergeben auch, dass in den USA und in Europa 75 App-basierte Unternehmen, die in Verbindung mit iOS stehen, ihre Geschäfte an die Pörse gebracht haben und oder übernommen wurden. Und die haben eben laut Schätzungen eine Gesamtbewertung von 510 Milliarden Dollar. Also alles in allem ein sehr, sehr, sehr grosses Business. Nutzt ihr Signify-Produkte? Wisst ihr, was Signify ist? Philips Hue sagt euch wahrscheinlich mehr. Die Birnen und Lampen und Leuchten und was da noch alles gibt. Signify ist ja der Mutterkonzern. Philips Hue ist das Ökosystem und die App dazu. Und die gibt es jetzt endlich, länger in den Gerüchten, in der Version 4.0. Hier hat Philips Hue oder eben Signify fleissig geschraubt und gewirkt. Schaut optisch anders aus. Ist ein bisschen anders aufgesetzt. Wer ein solches System bei sich zu Hause hat, sollte sich das Update installieren. Ich war heute seit langem wieder mal ausser Haus und in Richtung Zürich unterwegs. Und somit bin ich noch nicht dazu gekommen. Werd es aber sicherlich morgen im Verlauf des Tages dann mir mal ein bisschen genauer anschauen. Und morgen im Verlauf des Tages sollte dann auch das Video von heute online kommen. Ich habe euch ja gestern in einer Sondervolge berichtet von den neuen Huawei-Produkten, die es gibt. Und eines davon, die Watch 3 auf Harmony OS, ist jetzt schon bei mir zu Hause. Und ich habe da was Kleines gedreht. Also am besten den Account, den Kanal verfolgen und oder wieder GeekDoc hören. Ich sage es dann, wenn es soweit ist in der GeekDoc Daily, wenn das Video online ist. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. All diejenigen, die ein Wochenende vor sich haben und nicht arbeiten müssen, tolle und erholsame Zeit. All den anderen fleissiges Arbeiten. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.